Musik Damit genau diese Situation nicht eintritt, darum kümmern wir uns jetzt. Hallo und herzlich Willkommen bei Moor Protection, unser Blog für Deine Sicherheit. In diesem Beitrag möchten wir Dir den Door Jammer vorstellen. Der Door Jammer, ein taktischer Türstopper, gilt als zuverlässiges und absolut zeitgemäßes Sicherheitstool unserer Zeit, um Deine Privatsphäre zu schützen. Ganz einfach auf der Innenseite der Tür positionieren und festschrauben. Beachte, dass der Schraubfuß beim Festschrauben senkrecht steht. Das erhöht zusätzlich die Chance, diesen nicht mehr wegzubewegen. Um Dein eigenes Schutzgefühl zu steigern, eignet sich der Door Jammer besonders für Reisende. Aber wir sehen diesen auch im Sicherheitsbereich wie Eigenheimsicherung oder auch als schnelle Schutzbarriere, wie etwa bei einem Angriff auf eine Schulklasse oder weitere öffentliche Gebäude. Produktinformationen findest Du wie immer in der Videobeschreibung. Der Door Jammer ist mit seinen 215 Gramm leichtgewichtig und gut tragbar. Zudem ist er rutschfest und für alle Oberflächen geeignet. Mit einer Höhe von 12 cm ist es kaum bis fast unmöglich, eine durch die Spannkraft eines Door Jammers geblockte Tür von außen zu öffnen. Hat Dir das Video gefallen? Lass Deinen Daumen da und abonniere unseren Kanal. Schau auch auf unserer YouTube Community vorbei und hinterlasse Deine Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich darauf. Für Moore Protection, mein Name ist Tom Moore.